Erfolgsgeheimnisse, Nation, kurz und knapp. Das hat den Vorteil, dass die Terrasse leer ist. Da kannst du auch zum Japaner gucken. Und hier bin ich bei Billy. Und jetzt Vorsicht! Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Danke, tschüss! Das war heute für dich Erfolgsgeheimnisse und Aktion. Kurz und knapp. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wie immer findest du unter dem Video mehr Informationen.